Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathebock. Wenn Mathebock macht, in diesem Video klären wir die Frage, was sind Potenzen? Um sich das Aufschreiben von Termen zu vereinfachen, haben Mathematiker eine Kurzschreibweise erfunden, wie man mehrere gleiche Faktoren in einem Produkt zusammenfassen kann. Anstatt zu schreiben 2 mal 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 2, kann man auch schreiben 2 hoch 8. Was heißt das? Wir haben die 2 und die wird, wie ihr hier sehen könnt, eben 8 mal mit sich selbst multipliziert. Die 2 steht also für diejenige Zahl, die 8 mal, so steht sie hier oben, mit sich selbst multipliziert wird. Geben wir den beiden Zahlen, der Zahl unten und der Zahl oben, jeweils einen Namen. Die Zahl unten, die wird die sogenannte Grundzahl genannt. Da wir aber einen kleinen mathematischen Anspruch haben, wollen wir auch wirklich die Fachtermini benutzen. Deswegen sagen wir, die Grundzahl, die kann man auch nennen als sogenannte Basis. Und die Hochzahl, die kann man auch nennen als sogenannte Exponenten. Wenn ihr bei eurer Lehrkraft positiv auffallen wollt, dann benutzt hier die Fachsprache, nämlich Basis und Exponent. Fassen wir nochmal zusammen, die Grundzahl bzw. Basis gibt an, welcher Faktor hier mehrfach vorkommt. Hier oben war es die 2, deswegen stand die 2 in der Basis. In dem Fall wäre es die 5 und die wird so oft, wie es die Hochzahl oder der Exponent angibt, mit sich selbst multipliziert. Also in diesem Fall würde dastehen 5 mal 5 mal 5 mal 5. Gehen wir direkt weiter zu den Beispielen. Als erstes haben wir 3 mal 3 mal 3 mal 3 und wir haben also die 3 als sich wiederholenden Faktor. Wir zählen, wie oft die 3 vorkommt. 1, 2, 3, 4. Deswegen kommt die 4 in den Exponenten. Ausgerechnet wird es natürlich auf diese Art und Weise, also 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27 und noch mal 3 ist 81. Du kannst natürlich auch hier die 3 mal 3 zusammenfassen zu 9 und hier 3 mal 3 und dann hast du 9 mal 9, das ist auch 81. Es kann sein, dass du in einem Produkt verschiedene Faktoren hast, aber auch hier hast du mehrere, die gleich sind und dann kannst du das umschreiben zu, naja, 2 als Basis. Wie oft kommt die 2 vor? 3 mal und dann musst du noch einen weiteren Prozents aufschreiben, nämlich mit Basis 5 und die 5 kommt 2 mal vor. Und dann kannst du es wieder ausrechnen, naja, 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2, das ist 8 und 5 mal 5, also 5 hoch 2 ist 25 und 8 mal 25, das sind 200. Das gleiche Spiel funktioniert natürlich auch andersrum, 12 hoch 2 heißt nichts anderes als 12 mal 12, also der sich wiederholende Faktor ist die 12, der kommt 2 mal vor und das können wir ganz normal ausrechnen zu 144. Wichtig sind Potenzen zum Beispiel auch bei Stellenzahlen, in dem Fall 10 hoch 6 bedeutet nichts anderes als 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10, also 10 ist der sich wiederholende Faktor, 6 mal kommt der vor und das ist eine Million. Ich hoffe das Video hat dir etwas weiter geholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt, wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Und dann sehen wir uns bald wieder.